Ich habe ein bisschen was für heute vorbereitet und heiße euch damit ganz, ganz herzlich willkommen heute Morgen zu den unverblümten Storys am digitalen Lagerfeuer Teil 2. Und heute mit dem Titel Entschleunigung trotz 525 PS, was es damit auf sich hat. Ja, das möchte ich gerne mit ein paar Hintergründen sozusagen erst mal zum Einstieg erläutern. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, wie du an der Stromtankstelle Freunde gewinnst. Und ja, dann Tesla oder auch andere E-Autos sorgen letztlich für ungewöhnliche Gespräche und neue Bekanntschaften. Und dafür waren ganz, ganz viele Beispiele mit dabei. Ich fand das super, auch dann das Gespräch, was im Nachgang mit euch gemeinsam in der Runde dann auch sozusagen entstanden ist, sowohl über den Chat als auch hier quasi auf der Bühne. Und ja, da sind ja ganz, ganz viele Dinge dann nochmal aufgeploppt, auch nach der Aufzeichnung bis hin zu, dass der Tesla eben pupsen kann, was offensichtlich ein Highlight ist. Ich finde es immer wieder spannend, ja, wie Menschen voller Begeisterung ja auf Dinge reagieren, in Anführungsstrichen, die auf der wirklich emotionalen Ebene sind. Und das ist eben das, was auch das digitale Lagerfeuer hier ausmacht, wirklich über Geschichten reinzugehen und dann trotzdem aber zu schauen gemeinsam, wie wir auch gewisse Verknüpfungen herstellen können. Denn diese Woche haben wir ja uns mit dem Schwerpunkt Effizienz beschäftigt. Und wir haben uns in diesem Rahmen dann entsprechend Standardisierungen angeschaut, darüber gesprochen, welche Prozesse sich sinnvoll automatisieren lassen, welche Tools sich dafür eignen könnten, warum es sinnvoll ist, sich bestimmte Grundkenntnisse in verschiedenen Bereichen als Basics sozusagen anzueignen und wie es uns schließlich gelingt, unsere Leistungen durch Delegation zu multiplizieren. Und wenn wir Effizienz erzielen wollen, dann sollten wir das jedoch nicht nur tun, um immer schneller, besser, höher zu kommen sozusagen, sondern Effizienz kann ich ja auch einsetzen, um zum Beispiel die gewonnene Zeit eben auch sinnvoll für andere Dinge zu nutzen. Und diese anderen Dinge, die können eben bei jedem auch anders aussehen. Und ich möchte hier jetzt gerne einiges aus meiner Welt sozusagen mit euch teilen und einfach mal schauen, was ihr dazu im Nachgang dann auch sagt. Ja, wir haben ja letztendlich eine immer schneller werdende Welt und ich finde, wir brauchen immer wieder Zeiten, in denen wir uns bewusst auch die Zeit nehmen, um in die Entschleunigung zu kommen und nicht nur in die Beschleunigung sozusagen. Und allzu oft neigen wir allerdings ja schon dazu, uns genau hier für die Zeit eben nicht zu nehmen, weil hier noch eine Aufgabe, da noch ein Projektziel schnell erreichen, hier noch schnell was vorbereiten für den nächsten Tag oder die nächste Woche. Und ja, ich kann nur sagen aus meiner Welt, ich habe regelmäßig gefühlt 100.000 Fenster auf meinem Rechner geöffnet und manchmal merke ich erst abends, dass ich die eine Mail, die ich morgens angefangen habe zu schreiben, noch nicht fertig geschrieben habe und noch nicht verschickt habe, wenn ich abends anfange, eben meinen Rechner aufzuräumen. Und gerade im Kontext von E-Autos höre ich immer wieder so Einwände wie zum Beispiel, ja, das E-Auto zu laden, das braucht einfach viel zu lange Zeit, an der Tanke bin ich in fünf Minuten fertig, da direkt an der Zapfsäule mal schnell geladen, getankt und ich gehe dann mal schnell rein, bezahle, vielleicht gehe ich nochmal schnell auf Toilette oder besorge mir nochmal schnell irgendwas und dann kann ich aber im Grunde genommen auch schon wieder losfahren. Wenn ich einen Tesla oder ein E-Auto fahren würde, dann braucht das ja Ewigkeiten und diese Zeit habe ich überhaupt nicht und ich verstehe gar nicht, wie du das alles irgendwie machst. Und ja, am Anfang war das auch eine ganz schöne Umstellung, denn tatsächlich ist es so, dass wenn wir am Supercharger sind, dann braucht der Tesla etwa eine Stunde für eine relativ gute Vollladung, weil dann nach 30 Minuten etwa die Kilowatt pro Stunde runtergeschraubt werden. Aber man kann auch eine Schnellladung machen, dann ist man so in 30 Minuten durch und kann ja dann wieder an der nächsten Säule sozusagen fortsetzen, wenn es eine längere weitere Strecke ist. Und ansonsten kann man sich aber eben auch diese Stunde Zeit nehmen, um in Ruhe eben das eigene Auto zu laden und danach weiterzufahren. So und das scheint für viele schon einfach ein Zeitaufwand zu sein, den ganz viele Menschen einfach offensichtlich gedanklich zumindest, solange sie die Erfahrung noch nicht gemacht haben, nicht wirklich bereit sind, diesen Schritt auch zu gehen, weil es hört sich erstmal so an, oh Gott, und wenn ich jetzt 400, 500 oder 1000 Kilometer fahren würde, das würde ja bedeuten, dass ich zigmal anhalten müsste und jedes Mal, ja eine Stunde oder so damit beschäftigt bin. Und ja, da ist was dran, auf jeden Fall. Und gleichzeitig finde ich, hat es auch viele Vorzüge, die uns vielleicht zunächst gar nicht so bewusst sind. Und genau darüber möchte ich heute ein Stück weit mit euch sprechen, euch ein bisschen erzählen, wie das eben bei uns ist, sowohl im Alltag als auch bei der Reise jetzt in die Türkei. Denn da haben uns ja doch auch mehrere tausend Kilometer erwartet. Und für was kann man denn eigentlich diese Zeiten nutzen? Und wie erleben wir das persönlich, wenn wir diese Zeiten in Anführungsstrichen vielleicht für andere aus der Sicht von anderen verschwenden sozusagen, aber doch am Ende für uns gar keine verschwendete Zeit ist, weil je nachdem, wie ich diese Zeit einsetze, wie ich sie plane, kann ich auch eben damit umgehen. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, diese Zeiten auch wieder im Sinne der Effizienz zu nutzen und zu sagen, okay, mit einer entsprechend guten Planung kann ich ja auch die Zeit nutzen, um gewisse andere Dinge zu tun. Also ich kann ja theoretisch zum Beispiel auch meinen Rechner mitnehmen und im Auto sitzen und diese Zeit nutzen, um gewisse Dinge fertig zu machen. Und so eine Stunde Zeit zu haben ist schon recht ordentlich, weil ich ja natürlich auch eine Zeit habe, in der ich zum Beispiel keinerlei Störungen habe in dem Moment. Also ich kann ja wirklich im Auto an einem bestimmten Thema für eine Stunde zum Beispiel arbeiten, ohne dass ich von irgendjemandem gestört werde. Und erstaunlicherweise ist es möglich, tatsächlich in dieser Zeit durch diesen massiven Fokus an der Arbeit viel, viel mehr zu leisten, als wenn ich das vielleicht am Rechner tun würde, wo zwischendurch immer mal irgendwelche Störungen kommen, ob das jetzt aus dem Team ist, ob das Telefonanrufe sind, ob das andere Mails sind oder wie auch immer. Wenn ich hier weiß, dass ich bewusst eine Stunde Zeit habe, dann kann ich die eben auch ganz effizient zum Beispiel für auch kreative Arbeiten nutzen oder um gewisse Dinge mal schnell abzuarbeiten, die sich eben auch auf die Schnelle in einer Stunde auch abarbeiten lassen und, und, und. Also ich kann hier wirklich auch in eine gewisse Planung gehen. Und diese Planung haben wir ja zum Beispiel auch umgesetzt, beispielsweise auf dem Weg in die Türkei. Okay, das war ja dann auch klar, dass Clubhouse die Räume weiterlaufen werden. Und wir haben zwischenzeitlich nicht nur die morgendlichen Sendungen gehabt, sondern wir haben ja auch zwischendurch zum Beispiel ein Autorenfrühstück gehabt, das bis hin sogar aufgezeichnet wurde, so wie jetzt ja auch. Und das bedeutete dann zum Beispiel zu überlegen, okay, wie nehmen wir die Technik mit, wie können wir das im Auto aufbauen und so weiter und so fort. Und dann eben auch zu gucken, wie können wir das Ganze ein Stück weit so steuern, dass wir dann eben auch an einem Halt gleichzeitig das Auto laden können und dann zum Beispiel in diesem Moment die Zeit nutzen, weil das zeitlich eben auch in Einklang gebracht wurde, dann genau in diesem Moment eben auf Sendung zu gehen, auf Clubhouse. Und das hat ja auch wunderbar geklappt, natürlich mit einigen Herausforderungen, aber hier eben auch mit einem gewissen Mut an die Sache dranzugehen und zu sagen, hey, und wenn irgendwas schiefläuft, dann ist das halt einfach so, ist ja auch kein Weltuntergang. Und das einfach trotzdem durchzuziehen, das hat wunderbar geklappt. Also hier lässt sich auch einiges mit einer gewissen Planung letztendlich auch umsetzen. Ob man jetzt die Lust dazu hat, das zu planen oder nicht, das ist ja jedem selbst überlassen und für was er diese Zeit nutzen möchte letztlich auch. Es gibt aber auch an die andere Seite, nämlich die Seite der Entschleunigung und da möchte ich ja heute nochmal genauer mit euch drauf schauen, der Entschleunigung, was bedeutet das denn letztendlich genau? Was kann man denn eigentlich alles im Tesla dann machen, wenn man dann in die Entschleunigung gehen will? Und hier, finde ich, hat sich Elon Musk doch einiges einfallen lassen, was ich wirklich herrlich finde. Also angefangen von, es gibt so eine Einstellung für einen Kamin, also man kann zum Beispiel abends so einen virtuellen Kamin einschalten und dann hat man da eben so einen knisternden Hintergrund und so weiter. Und das ist herrlich, wenn man einfach im Auto quasi so ein bisschen einen Liegemodus dann einnehmen kann und durch, wir haben ja so eine Art Panoramadach, dann in Richtung Sternehimmel dann schauen kann und gleichzeitig dieses Knistern im Hintergrund hat. Das finde ich wirklich zum Entspannen mega genial. Natürlich kann man auch Musik hören oder so, das geht ja in jedem anderen Auto auch. Aber hier gibt es auch nochmal die Möglichkeit, zum Beispiel Filme oder so über YouTube oder ähnliches zu schauen über einen relativ großen Display, was auch eine schöne Sache ist, wenn man zum Beispiel irgendeine Liste hat, wo man sagt, es gibt Filme, die möchte ich mir vielleicht mal anschauen. Das kann auch eine Dokumentation oder Sonstiges sein. Es können auch Lerneinheiten sein. Also man kann es wirklich für verschiedene Dinge nutzen und zwar nicht nur rein auf der Ebene des Hörens, sondern oder vielleicht auf einem kleinen Bildschirm, auf meinem Screen von einem Handy sozusagen, wo mein Bildschirm ja relativ klein ist, sondern eben ja letztendlich auch einen größeren Screen zu haben und vielleicht sogar gemeinsam zu schauen. Das ist dann der nächste Aspekt, denn wir nutzen teilweise diese Zeiten auch tatsächlich als in Anführungsstrichen, ich sage das mal, ja nicht Familienzeit, aber eher so die Zeit mit dem Partner. Das heißt, manchmal fahren wir dann auch gemeinsam raus, um zu laden und verbringen dann gemeinsam die Zeit sozusagen am digitalen Lagerfeuer mit dem Kamin im Hintergrund, laufen knisternd und unterhalten uns oder daten uns zum Beispiel ab, was die Woche über alles gelaufen ist oder was uns gerade beschäftigt oder ähnliches. Also wirklich auch Zeit, die hier auch nochmal gemeinsam verbracht wird, um über gewisse Themen oder Ähnliches auch in den Austausch zu kommen, bis hin zu vielleicht auch mal einen Film hier drüber gemeinsam zu schauen und Ähnliches. Und die Begegnungen, ja darüber hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen, diese Möglichkeiten gibt es natürlich auch weiterhin. Also von daher, man kann natürlich auch das Auto verlassen und auch andere Dinge tun, nämlich mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, was ja durchaus an diesen Zapfsäulen wirklich deutlich einfacher ist, als wenn ich eben an der Tankstelle tanken gehe. Da hat in der Regel keiner Zeit und keiner Lust, sich mit mir zu unterhalten. Und ja, und so gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben hier diese Zeit, die zunächst vielleicht erst mal so erscheint, als ob das einfach eine verlorene Zeit ist, auch sehr, sehr sinnvoll und bewusst auch wieder einzusetzen und sich vielleicht auch ein paar Gedanken zu machen. Anfangs fühlte sich das für mich auch so an, so nach dem Motto, oh Mann, das sind eine Stunde, manchmal sogar anderthalb, wenn man wirklich bis zum Ende dranbleiben möchte. Und ja, irgendwie, wenn du das ständig machst, dann hast du doch echt ein Zeitthema. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben gelernt, diese Zeiten zu genießen. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt. Wir wissen, wie wichtig Entschleunigung für uns zwar ist. Und gleichzeitig ist es so, dass wir uns immer und immer wieder, ja, wir neigen einfach dazu, uns zu wenig Zeit dafür zu nehmen und tatsächlich eben auch mal uns zurückzuziehen oder bestimmte Zeiten im Kalender dafür vorzusehen, dass wir ja diese Zeit nutzen, um zum Beispiel zu meditieren oder was auch immer. Und hier hat man quasi einen Einfluss von außen, der dazu führt, dass wir so ein Stück weit da in diese Situation hineingebracht werden und dadurch eben uns Gedanken machen müssen, wie verbringen wir die Zeit und haben jetzt die Möglichkeit, gewisse Entscheidungen zu treffen, wie wir diese Zeit dann eben auch verbringen wollen. Und das mag ja dann bei jedem anders sein. Und das mag natürlich auch nochmal unterschiedlich sein von Tag zu Tag, Woche zu Woche, je nachdem, was gerade ansteht. Aber es ist keine verlorene Zeit aus meiner Sicht, sondern es ist eine wunderbare Zeit, um wirklich auch in die Entschleunigung zu kommen oder auch in anderen Zeiten, wo die Zeit wirklich benötigt wird, wo es einfach nicht geht, da vielleicht auch nochmal zu gucken, welche Aufgaben kann ich eben auch erledigen in dieser Zeit. Und ja, und auch nicht nur für sich selbst diese Zeit, was ich auch total genieße, ist sowas zum Beispiel, dass ich häufig diese Zeiten auch nutze, um mit Freunden und Bekannten zu telefonieren. Denn so eine Stunde mit jemandem mal sich die Zeit zu nehmen und zu telefonieren, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe diese Zeit in der Regel nicht. Und das ist dann auch wunderbar, wenn ich dann gerade an der Ladestation bin, zu überlegen, ja, welche Freundin oder welchen Kumpel habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr angerufen. Die freuen sich ja dann auch mega, wenn man sich dann auch wieder die Zeit für sie nimmt. Und das dann nicht nur für fünf Minuten oder zehn Minuten, sondern wirklich auch mal eine Stunde intensiv sich austauschen zu können, zum Beispiel in so einem Intervall von drei Monaten oder so, dann ist das natürlich eine große Freude, wenn dann zwischendurch auch der Anruf kommt. Und auch für sowas nutze ich diese Zeit sehr, sehr gerne, im Auto zu sitzen und einfach dann mit meiner, was weiß ich, Sandkastenfreundin eine Stunde lang zu telefonieren und zu hören, wie es ihr geht, was sie gerade beschäftigt und ähnliches. Ja, und so haben wir das jetzt dann auch letztendlich genutzt, als wir jetzt in die Türkei gefahren sind. Das heißt, hier haben wir jetzt einfach auch nochmal geguckt, in eine Kombination aus vielen verschiedenen Dingen auf der einen Seite eben als Ruhepause zu nutzen und wirklich auch nochmal ein bisschen Schlaf nachzuholen. Und da sind die Sitze auch vom Tester sehr, sehr bequem. Also da kann man wirklich den Sitz nach hinten lehnen, die Musik einschalten und einfach direkt in den Schlafmodus übergehen. Dann kann man sich die, das ist aber dann wichtig, dass man sich die Zeit stellt. Also wenn zum Beispiel der Schnelllader eine Stunde braucht, dann ist es auch so, das ist von Tester so vorgegeben, man kann also diese Zapfsäulen dann nicht Ewigkeiten blockieren oder so, sonst gibt es Strafzahlungen, die man leisten muss. Das heißt, damit man den Zeitpunkt nicht verpasst und nicht verpennt, sozusagen, ist es auch wichtig, dann hier zum Beispiel entsprechend einen Wecker oder sowas einzustellen, dass man dann wirklich auch rechtzeitig wieder wach ist und dann auch sich wieder entkoppeln kann von der Zapfsäule. Und das ist das Einzige. Ansonsten kann man hier wirklich einiges machen. Und wir haben wirklich auf der Reise jetzt auf der einen Seite diese Zeit natürlich genutzt, um längere Pausen zu machen, um dann zum Beispiel gemeinsam zu essen oder dann gemeinsam vielleicht auch mal rauszugehen und die Beine ein bisschen zu vertreten, einfach einen Spaziergang zu machen. Auch das bereitet ja letztendlich Freude, gerade in Zeiten, wo wir so viel am Rechner sitzen, dass wir häufig ja auch viel zu wenig Bewegung bekommen, bis hin zu eben gemeinsam mal ein Filmchen zu schauen oder einfach mal auch irgendwie in ein Gespräch zu kommen und Ähnliches. Und ja, und ich habe im Post, also in Vorbereitung auf heute, hatte ich ja dann diese Schildkröte als Foto geteilt mit euch. Und zwar auch das war wieder eine Begegnung der besonderen Art. Also diese Schildkröte ist uns tatsächlich über den Weg gelaufen. Das war auch eine Riesensensation. Das Interessante ist nämlich, dass diese Zapfsäulen von Tesla insbesondere, die sind meistens etwas abgelegen. Also während jetzt zum Beispiel für allgemeine E-Autos ja ziemlich viele Säulen auch tendenziell an den Tankstellen direkt angebracht sind, wo ja schon auch ziemlich viel Wirbel ist und ziemlich viel los ist, neigt Tesla eher dazu in seiner Entscheidung, so ein bisschen außerhalb zu sein und das nicht unbedingt immer direkt an einer Tankstelle oder größeren Raststätte zu haben, sondern dass es so leicht abgelegen ist, vielleicht ein bisschen in der Nähe einer größeren Raststätte oder Tankstelle, aber meistens nicht unmittelbar genau an diesem Punkt, sondern so, ich sage jetzt mal, so ein paar Meter weiter. Und dadurch ist es dann etwas abgelegener und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass an solchen Stellen dann manchmal eben auch angefangen von, letztes Mal hatten wir unser Huhn, dieses Mal die Schildkröte dann mit auf dem Weg und das ist natürlich schon sensationell, weil man in unterschiedlichen Ländern dann auch plötzlich Tieren begegnet, die man vielleicht so in der Großstadt ja schon mal gar nicht irgendwie auch als Highlight irgendwie sehen kann und erleben kann. Also das war für uns wirklich ein Riesenspaß und die Schildkröte, die symbolisiert letztendlich für mich eben auch diese Entschleunigung und zwar Entschleunigung ohne Stillstand und das finde ich nochmal hier den Unterschied und den nochmal ganz besonders, denn wir haben letztendlich auf unserer Reise als Selbstständige oder Unternehmer, neigen wir häufig dazu, doch irgendwie in eine Art Sprint zu verfallen. Wir können aber doch deutlich mehr erreichen, wenn wir gar nicht einen Sprint laufen, sondern tatsächlich einen Marathon. Also hier wirklich auch Entschleunigung im Sinne von nicht Stillstand zu sehen, sondern Entschleunigung auf der einen Seite, um wieder Kraft und Mut und Energie zu tanken, vielleicht die Zeit auch mal für Schlafen zu nutzen, weil ich weiß auch aus Gesprächen im eigenen Umfeld mit selbstständigen Unternehmern, dass Schlaf immer wieder so ein Thema ist, dass wir vielleicht auch zu wenig davon abbekommen und dementsprechend, das sind auch Phasen der Regeneration, ob jetzt mit Schlaf oder ohne Schlaf, also wieder zu sich zu finden, Klarheit, Gedanken vielleicht zu bündeln und auf der anderen Seite vielleicht auch Zeit mit dem Partner oder mit der Familie zu verbringen, genau in diesen ein bis anderthalb Stunden, wo ich mir die Zeit nehme, eben das Auto zu laden und auf der anderen Seite eben auch trotzdem weiterzumachen, also auch geplant Zeiten zu nutzen, um zum Beispiel Aufgaben zu erledigen, um zum Beispiel Termine einzustellen oder vielleicht die Planung für die nächste Woche zu machen, aber in so einer Art entschleunigten Modus, nicht schnell, 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 sondern ich weiß, ich habe jetzt genau eine Stunde Zeit und diese Zeit kann ich eben genau für das nutzen, was bei mir gerade ansteht, worauf ich Lust habe, wo ich mir auch die Zeit für nehmen möchte, was gerade eben für mich auch reinpasst, was mich auch bewegt. Und das finde ich etwas ganz, ganz Besonderes und das hätte ich überhaupt nie gedacht, als wir uns den Tesla angeschafft haben, weil das war eben auch, wir haben natürlich auch unsere Vorurteile gehabt im Sinne von mal gucken, wie das dann wird, weil das ist ja schon enorm, wenn man relativ häufig eben das Auto laden darf und dann feststellen muss, dass es doch eben auch immer wieder ein bis anderthalb Stunden dauert, dann finde ich das schon heftig. Aber hier entwickelt man dann wirklich mit der Zeit auch Strategien. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass es viel sinnvoller ist, auf der Schnellladestation sozusagen 30 Minuten zum Beispiel zu laden und dann lieber an der nächsten Zapfsäule wieder 30 Minuten, weil danach werden die Kilowattstunden nämlich runtergeschraubt und deswegen dauert das dann auch so lange. Die letzten 30 Minuten oder so, die dauern nicht deswegen so lange, weil das Laden an für sich so lange dauert, sondern weil einfach diese Geschwindigkeit runtergedrosselt wird. Und das hat verschiedene Gründe und es soll eben auch dazu führen, dass diese Ladestationen nicht so lange auch belagert werden, also dass man da auch nicht stundenlang sich aufhält oder so, sondern dass man auch wieder sozusagen Anreiz bekommt, auch wieder weiterzufahren. Und was viele denken, ist ja auch, dass die Ladestationen noch gar nicht so weit verbreitet sind. Und da kann ich sagen, also das ist wirklich wunderbar, zumindest mit was den Tesla anbetrifft. Ich kann nur für den Tesla sprechen, aber vielleicht kommt ja dann auch später nochmal jemand dazu, vielleicht auch wieder mit seinem eigenen E-Auto auch nochmal allgemein auch Erfahrungen auszutauschen. Beim Tesla ist es definitiv so, dass die Ladestationen deutschlandweit so gut aufgestellt sind, dass es hier überhaupt gar keine Schwierigkeiten gibt, wirklich 30 Minuten zu laden und dann bei der nächsten Station wieder zu laden, weil die Entfernungen gar nicht so groß sind und das Gerücht kursiert nach wie vor, dass es eben noch nicht genug Ladestationen gibt oder ähnliches. Also ich kann, was wir beobachten, ist, dass hier ganz, ganz viel gemacht wird. Es sind nicht nur heute ganz viele Ladestationen da, sondern es werden auch immer mehr, denn wir sind immer wieder an neuen Ladestationen und wir entdecken auch an den Ladestationen selbst, dass dann zum Beispiel vielleicht bereits zehn Stück schon da stehen und weitere 20 schon, wo man den Platz schon sehen kann, dass die hier auch schon vorbereitet werden, dass die eben auch in der nächsten Zeit dann fertig werden, sodass immer mehr Säulen überall auch zu finden sind. Das heißt, darüber braucht man sich tatsächlich keine Gedanken zu machen. Was nochmal eine andere Situation ist, ist, wenn man eben mit dem, nicht bei den Tesla Ladesäulen, sondern wenn man allgemeine Ladesäulen nutzt, aber auch hier gibt es mittlerweile, haben wir festgestellt, sowohl Schnelllader als auch eben langsam ladende Säulen. Da muss man dann so ein bisschen auch vorher ein bisschen vielleicht auch recherchieren, aber ich denke, der Aufwand ist in der Regel einfach nur am Anfang da, wenn man sich noch nicht auskennt, dass man eben sich in diese Thematik auch ein bisschen einarbeiten darf. Aber hier hat man dann zum Beispiel Schnelllader. Wir sind ja jetzt in der Türkei, wo es eben keine Tesla Ladestationen gibt und da haben wir jetzt festgestellt, hier gibt es auch Schnelllader, allgemeine Schnelllader, nicht von Tesla und dann eben welche, die relativ langsam laden und bei denen, die schnell laden, sind wir bei anderthalb Stunden durch, was ich schon auch wirklich eine tolle Zeit finde. Also wenn ich jetzt bei Tesla Schnelllader etwa circa eine Stunde und hier dann anderthalb Stunden, dann finde ich, ist das echt cool an der Stelle. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich hätte gedacht, dass es deutlich länger dauert. Und dann gibt es nochmal, die Schnelllader gibt es halt nicht überall. Manchmal kann es sein, dass man dann eben auch irgendwo laden muss, wo dann vielleicht auch eine normale Ladestation steht und dann ist es eben deutlich länger und diese Erfahrung mussten wir jetzt einmal machen. Nicht, weil es allgemein keinen Schnelllader dort gab, sondern es war die Situation, dass dieser Schnelllader irgendwie, der hat nicht funktioniert, als wir dann da dran waren. Und wir haben dann auch mit dem Support telefoniert und so weiter, um zu gucken, ob es irgendwie doch noch hinzukriegen ist. Und es war nur eine Säule da und die hat dann leider nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen. Und wir waren dann irgendwie nachts an dieser Säule. Da war dann der, der das normalerweise vor Ort betreut, dann auch nicht mehr da. Und die Mitarbeiter, die dort waren, die waren nicht eingewiesen sozusagen und wussten nicht genau, wie das Ganze funktioniert und hatten dementsprechend, also es hätte eigentlich nur ein Update nochmal gemacht werden müssen. Das war aber nicht möglich. Und das hat dann dazu geführt, dass wir dann die normale Ladestation mit niedrigen Kilowattstundenzahlen dann nutzen mussten und bedeutete schließlich sechs Stunden Wartezeit. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, vor allem wenn das irgendwie tagsüber passieren würde. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass es wirklich nachts war. Das heißt, wir haben uns dann entschieden, okay, was soll's, dann lehnen wir uns jetzt im Auto zurück. Und das war ja jetzt auch auf der Strecke in die Türkei, das war ja sowieso schon auch anstrengend, ja, auch mit den ganzen Pausen zwischendurch und so weiter und so fort. Und da haben wir uns dann überlegt, naja, wir nutzen jetzt die Zeit und unser Kleiner, der war schon am Schlafen und dann haben wir unsere Sitzlehnen zurückgestellt und haben dann einfach die Zeit genutzt, um eben auch zu schlafen. Das hat richtig, richtig gut getan. Wenn das tagsüber passiert wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, dann wäre ich nicht ganz so happy gewesen. Aber das sind dann natürlich Momente, die können einfach mal passieren. Das war dann, also es wäre auch nicht möglich gewesen, dass wir mit einer Restladung, die noch da war, noch bis zur nächsten Säule es geschafft hätten. Aber wenn es tagsüber passiert wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit höher gewesen, dass eben der, der normalerweise diese Zapfsäule sozusagen betreut, dann auch vor Ort gewesen wäre oder dass man ihn hätte anrufen können oder so, um dafür Sorge zu tragen, dass die Säule nochmal abgedatet wird. Und auch hier kann ich nur empfehlen, da haben wir auch Erfahrungen gemacht. Wir sind in unterschiedlichen Gruppen auch mit dabei. Das macht dann ganz gerne mein Mann, dass er dann halt eben auch im Austausch mit anderen E-Auto- oder Tesla-Fahrern eben auch guckt, was nutzen die denn da und so weiter. Weil hier gibt es ja auch mittlerweile ein relativ breites Netz, was man alles nutzen kann. Und man kann eben nicht einfach an die Zapfsäule fahren und sagen, okay, das habe ich nämlich einmal versucht, das war eine Herausforderung, muss ich euch sagen. Da war ich irgendwie in einem Hotel und habe unten im Parkhaus geparkt und da war so eine E-Zapfsäule. Und ich hatte noch nie eine E-Zapfsäule irgendwie extern, also nicht von Tesla verwendet und dachte, naja gut, wenn ich eh hier stehe, warum eigentlich nicht? Dann kann ich ja auch die Säule nutzen, um zu laden. Und habe das mal probiert. Das war wirklich eine Herausforderung und zwar deswegen, weil erstens funktionierte mein Telefonnetz unten im Kellergeschoss sozusagen überhaupt nicht. Das war, was weiß ich, U2 oder sowas. Und das war wirklich eine Herausforderung. Das heißt, ich konnte nicht auf die Schnelle mal irgendwie die App runterladen. Das heißt, ich musste dann im Prinzip, hätte ich dann hochgehen müssen, um erst mal diese App von diesem Anbieter runterzuladen, um dann eben mit der Kreditkarte und so weiter die eingetragenen Daten sozusagen auf die Schnelle mit einem entsprechenden zum Beispiel QR-Code oder so wird da häufig gearbeitet, hier eben auch diese Zapfsäule zu nutzen. Und das war dann für mich so anstrengend, wo ich dann gedacht habe, da brauche ich ja jetzt mehr Zeit dafür, um das einzurichten, in Anführungsstrichen, und dann noch mit hoch und runter und so weiter, weil ich ja eben kein Netz unten hatte, dass ich dann das Kabel wieder ins Auto gelegt habe und gesagt habe, nee, das ist mir zu anstrengend, dann lasse ich das. Und das sind dann auch so Erfahrungen. Das heißt, man hat verschiedene Anbieter, die dann verschiedene Säulen an verschiedenen Stellen haben und da macht es eben Sinn, im Vorfeld sich auch mal Gedanken darüber zu machen, jetzt insbesondere für uns, weil das ja für uns nicht die klassische Situation ist, wir nutzen normalerweise nur ausschließlich die Tesla-Zapfsäulen, aber in dem Moment, wo man eben auch mal ausweichen muss oder ähnliches, wie jetzt in der Situation, dass wir eben nur bis Bulgarien diese Zapfsäulen zur Verfügung gestellt bekommen haben von Tesla, in der Türkei werden sie noch gebaut, die sind noch nicht in Betrieb genommen, dementsprechend gibt es hier die Möglichkeit nicht. Also hier mussten wir jetzt definitiv ausweichen, sonst würden wir nicht weiterkommen mit dem Auto. Und deswegen haben wir dann, also mein Mann hat sich dann eingeklinkt in verschiedene Gruppen, hat hier Erfahrungen ausgetauscht und so weiter und hat dann festgestellt, dass es offensichtlich Anbieter gibt, bei denen der Service deutlich besser ist als bei anderen. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Deswegen haben wir uns dann bei einem bestimmten Anbieter dann auch entsprechend eingetragen. Und die haben wirklich einen 24-Stunden-Service. Das heißt, es ist egal, wann man da anruft, wann man da nachts vielleicht auch ankommt oder morgens irgendwo ankommt oder so, da ist immer jemand erreichbar, sodass man da eben auch Unterstützung und Hilfe bekommt, während das eben bei anderen Anbietern sein kann, dass das nicht gegeben ist. Und wenn man mit dem Auto nur noch mit einem Restkilometerstand von nicht mal mehr 100 Kilometer Reichweite irgendwo steht, dann muss man hier auch Hilfe bekommen, weil sonst kann das richtig in die Hose gehen. Ich glaube, das möchte eben letztendlich auch keiner erleben. Und zum Glück haben wir jetzt nicht die Situation gehabt, dass wir irgendwie großartig im Stau gestanden sind oder Ähnliches auf dem Weg in die Türkei, sodass es hier keine großen Herausforderungen gab. Und das war wirklich auch etwas, wenn man sich das alles nur auf der Karte anschaut, man sieht zwar, da sind genug Säulen, okay, wir müssen dann halt in dem Land da anhalten und in dem anderen Land da anhalten, aber es ist doch irgendwie auch ein mulmiges Gefühl, bevor man aufgebrochen ist, ob das dann wirklich auch reicht. Und dann haben wir aber erst durch die Erfahrung, die wir gemacht haben, durch diese Strecke eben in die Türkei zu fahren, haben wir festgestellt, hey, also das ist wirklich so genial, diese Strecke aufgesetzt und aufgebaut. Also da hat wirklich jemand nachgedacht. Und das sind wirklich nur 200 Kilometer Differenz. Wir fahren ganz locker so 400 Kilometer Reichweite. Tatsächliche Reichweite, auf dem Papier haben wir viel, viel mehr, aber tatsächliche Reichweite trotz Klimaanlage und so weiter und so fort schaffen wir locker. Und wenn man 400 Kilometer theoretisch fahren kann und alle 200 Kilometer eine Zapfsäule auf einen wartet, dann ist das natürlich mega. Und wenn man diese Zeiten dann eben für so eine Kurzladung nutzt, dass man 30 Minuten da bleibt, kann man dann überlegen, ob man dann was essen möchte oder ob man die Zeit dann eben nutzen möchte, um vielleicht einfach gute Musik zu hören, gute Gespräche zu führen, sich die Beine zu vertreten. Und zwar nicht nur für fünf Minuten, um mal schnell auf Toilette zu gehen an der Raststätte, sondern wirklich da auch nochmal in die Entspannung auch reinzukommen, in die Entschleunigung reinzukommen in einer Welt, in der es eben immer schneller, höher, besser und so weiter irgendwie, wie können wir unsere Zeiten gewinnen. Ich finde, Effizienz bedeutet eben auch, auf der einen Seite kann ich mit gewissen Dingen dafür sorgen, dass ich meine Zeit besser einsetze, dass ich gucke, dass ich hier auch das Bestmögliche raushole und kann ja das dann wiederum nutzen, um auf die gewonnene Zeit zum Beispiel auf der anderen Seite eben auch wieder mich selbst in die Entschleunigung reinzubringen. Ob ihr das dann letztendlich mit einem Tesla, mit einem E-Auto oder womit auch immer machen wollt, das ist ja jedem die eigene Entscheidung. Und insofern ist es völlig freigestellt, das ist das, wie wir damit umgehen, das sind die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Und ja, und in diesem Sinne ganz symbolisch einfach die Schildkröte. Ja, es ist kein Stillstand, sondern es ist ein stetiges Vorangehen mit gewissen Dingen. Und ja, ich bin froh darüber, dass wir hier auch nochmal eine weitere Möglichkeit gewonnen haben in unserem Leben, die uns ein Stück weit auch zwingt, wieder in die Entschleunigung zu kommen. Nicht, dass wir es nicht an anderer Stelle auch schon bewusst täten, aber ja, wir sind Menschen, wir neigen dazu, eben hier oder da es dann doch mal wieder zu vergessen oder zu wenig davon zu genießen von dieser Zeit. Und genau, und in diesem Sinne haben wir ja diese Entscheidung getroffen, in die Türkei zu fahren, haben gute Erfahrungen damit gemacht, haben die Zeiten, die wir hatten, wirklich auch gut nutzen können. Und diese Ausnahmesituation, wie gesagt, das hatte was mit einer, ja, ich sag jetzt mal technischen Störung zu tun, dass wir statt anderthalb Stunden dann eben sechs Stunden an dieser Station verbringen mussten. Aber auch hier gilt für mich, ja, so ein Stück weit Urvertrauen einfach mitzubringen und zu sagen, hey, und wir waren echt müde, wir waren echt K.O. Insofern war es gar nicht so verkehrt, zu sagen, hey, lass uns doch einfach die Zeit nutzen, um einfach mal entspannt ein bisschen zu schlafen und in dieser Schlafphase sozusagen uns zu regenerieren und am Morgen frisch wieder los weiterzufahren. Genau, und das sind so die Storys, die ich für heute mitgebracht habe. Damit möchte ich gerne für heute erstmal die Aufzeichnung abrunden. Wir werden dann nächstes Mal darüber sprechen, dass wir dann auch uns nochmal angucken. Wir haben 84 Stunden mit dem Tesla zum Bosporus gebraucht, ja. Ist das alles Quark oder was? Ja, da möchte ich auch nochmal so eine Gesamtbilanz sozusagen mit euch ziehen und freue mich da auch total drauf, wenn ihr dann nächste Woche mit dabei seid. Aber jetzt erstmal abrunden der Aufzeichnung. Und ich bin total gespannt, wer dann gerne mit dazukommen mag, um letztendlich auch seine Erfahrungen, Gedanken etc. hier mit einzubringen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.